ja und damit haben wir sozusagen ja sind wir aus der vorgeschichte dem prolog gelangt ja oder eigentlich vom ring in die traufe war das hier unten wechseln sich mit keuchenden atemzügen ab ein bier weg muss so gewesen sein dann haben wir glück dass wir noch am leben sind und wir sind die einzigen hier können wir nicht bleiben es könnte noch einen einsturz geben in dieser richtung werden wir keinen weg hinaus finden lass uns weiter ins innere gehen eine tiefere ebene der ruinen wurde von herabfallenden trümmern blockiert ja geben wir erstmal tiefer hinein wir sollten nach einem anderen ausweg suchen irgendwann muss der sturm ja nachlasten ja was ist da draußen passiert kanissa schüttelt den kopf windsturm und zwar von der sorte wie es sie nur in der glatt fahrt gibt dass sie nicht von vielen leuten überleben werden weil es kaum weil es mal kaum was wahr ist das klaffert anische wort ist bier weg für sie ist es der weg der götter jene sehen des landes zu ernten die den aussicht nicht alleine finden konnten aber sie nehmen sie neben des seelen gleichermaßen wie tote hast du deinen doch ich denke schon wer hat uns angegriffen glavantana das werden die hütten bewohner vor denen sich und dema gewarnt hat sah nach fangszene von gallowin aus den reizmaßnahmen stämme sie zählen mit dem ziel kolonisten zu bekämpfen von ruine zu ruine arme und dema ich glaube das hat er fast erwartet nachdem wir die hausstraße aus den augen verloren hatten die glavantana sagten wir werden in die ruine eingedrungen das glaube ich einfach nicht und dema hätte niemals hätte es niemals gestattet die fänge mögen ja durchaus hitzköpfe sein aber gerne reingreifen glavantana doch nicht ohne provokation an entweder haben sie etwas gesehen und falsch aufgefasst oder sie blickt den vorausliegenden weg hinab unter uns befinden sich plünderer das ist etwas was wir jetzt gar nicht gebrauchen können ja was ist mit den anderen unserer karavane karlisa pressen ihre lippen zusammen und ihr kind kräuselt sich sie spricht mit schwacher stimme es hat sie das rad erwischt sie blickt auf mögen ihnen die götter in ihrem nächsten leben mehr glück gewähren na hoffen wir mal das scheint sich aber alles nicht besonders aufzuregen jedenfalls jetzt nicht mehr draußen als sie die leichen auf gesehen hat war sie doch etwas entsetzt karlisa schaut ihr direkt in die augen und sagt mit unbeständigem unterton in der stimme vielleicht kennst du mich auch nur nicht gut genug um zu wissen wie aufgeregt aussieht außerdem vielleicht habe ich auch noch schlimmeres gesehen in der tat und ich bin trotzdem weiter gegangen weil man sonst nichts anderes tun kann weil es noch andere leute gibt die die etwas bedeuten und die die ich noch brauchen ja sie meint ihre schwester na dann lass uns losziehen also dass wir mit der gallowin sache als sache rausgerückt sind und den typen dorsten verwirrt haben wir dafür gesorgt dass hier und da keine verletzung kriegt die hatte ja das letzte mal bekommen und hat deswegen umgegabert wir müssen hier rasten deswegen habe ich versucht zu rasten und habe dabei kalisha verloren die an irgendeiner falle verreckt ist ja ich frage mich wer wohl hier war und ob sie vielleicht etwas nützliches für uns zurückgelassen haben ja das sagt hier und dann ja auf jeden fall zwei rastvorräte haben wir meißeln und streitkolben wechseln wir mal wieder zu nachkampf ein kleiderschild und eine fackel ihr habt nicht zufällig auch irgendwo was versteckt scheint jetzt hier nicht der fall zu sein hier in den ruinen spare ich mir erstmal auch das quicksafe weil wir kennen das ding ja fast schon auswendig ist ja nur kurz alles hier so ein xaurib eine zitternde krägliche gestalt kommt sich auf einem sperrschützen aus der dunkelheit hervor durch ihre schrubblige haut zeichnen sich knorrige ellenbogen und dürre rippen ab aber du kennst erkennst sie als ein xaurib er beobachtet dich vorsichtig während er in flatternden seufzern atmet deine arme erheben und still stehen als die kreatur ihren kopf zur seite neigt und sich dir nähert stört sie ein weißes kähliges klicken aus die kreatur beschnüffelt dich und findet nichts was sie interessiert sie tritt zurück nimmt abermals ihre defensive haltung an schau wir werden dir nichts tun der zauber springt zurück behält seinen sperr aber immer noch fest in den händen als die kreatur ihren kopf zur seite neigt und sich dir nähert stürzt sie ein weiches kähliges klicken aus die kreatur beschnüffelt dich dann weichen wir mal langsam zurück der zauber beobachtet dich misstäuscht als du gehst ja hier und dann gehen wir in schleichmodus und dann schleich mal wieder raus wobei der xaurib ist eh schon aggressiv also hauen wir nun so der hat eh etwas was ich gerne hätte ich habe mich ein einen speer jedenfalls bei den improvisierten speer so der erhöht auch unsere zielgenauigkeit ziemlich gut und das war es schon wieder mit der genauigkeit warum ist dieser so hoch plus 12 für einhändig okay weil damit haben wir 27 paladin und wahrnehmung ja jetzt haben wir paladin xaurib spiel und wahrnehmung so gewinnen wir einen punkt dazu ja super ja hier und da drückt man halt das hier raus und die flasche brauchst du ja weiß nicht unbedingt und den eindeutig so der junge sieht auch nicht mehr so gut aus irgendwie talisches relief juwel dieses brillante blaue juwel wurde einem auge nachempfunden aha zur letzten tagebuch dieses kleine büchlein ist an mehreren stellen zerrissen vier seiten sind mit blut durchtränkt eine der hinteren einträge ist jedoch noch lesbar ich kann mein glück nicht fassen ich habe beim würfel ein echtes invitalisches artefakt gewonnen der kern dem es gehörte sagte in seinen augen sei es hübsch aber wertlos er ist nicht bereit in irgendwelchen ruinen herum zu graben wenn er aber recht hat dass dieser edelstein zu einem versteckten schatz führt dann ist es das gewiss wert sich an ein paar bemalten elfen vorbeizuschleichen ich breche am morgen nach zinnertlis auf dann muss ich nur noch das relief finden von dem er sprach nehmen wir mal die armen brust mit als ersatz für den bogen ich dachte warum leuchtet jetzt alles so grün so am bus passt nämlich doch ein bisschen besser du hast ein gegenstand erhalten quest evitalisches relief juwel im lager abgelegt die weißen markt die weißen markt 2 auch schön das sehe ich jetzt auch zum ersten mal im quest tagebuch ja tagebuch biografie die werden wir uns irgendwann mal zur gemüte führen ich glaube sobald wir unsere festung haben ja gucken wir mal kurz was die quest so sagen eine kleine verschnaufpause wie rum wird sortiert von unten nach oben eine krankheit ist plötzlich über mich gekommen der karawanen meister hat mich dazu gedrängt vor der verschlechterung beides zustand seiner arznei herzustellen da fatalische krieger haben der karawane einen hinterhalt gelegt mein leiden ist jetzt die geringste meiner sorgen und immer deutete an dass mich ein gewisser mit hiesigen bären gebrauchter tee heilen sollte spafel ist aufgebrochen um wasser zu holen frühlingsbären zu besorgen ist aber meine aufgabe und jemals sagte dass sie an einem unverwechselbaren busch wachsen spafel scheint es nicht einig zu haben wasser zu holen ich sollte selbst danach suchen am fluss gerieten wieder ein hinterhalt klaffantanischer krieger spafel wurde getötet und wenn man die schreie vom lager als anderes punkt nimmt dann werden nicht nur wir angegriffen ja goldtal goldtal eines der reichsten dörfer im dürrwald goldtal soll eines der reichsten dörfer im dürrwald sein das eine vielzahl an gelegenheiten zum arbeiten und reich werden bieten soll mir wurde gesagt dass sie neuen siedlern land anbieten die reise nach goldtal war lang und sie ist noch nicht ganz vorbei glücklicherweise hat mich das reisen mit karawanen vor einigen gefahren des dürrwalds bewahrt ich sah mich gezwungen in die ruinen zu fliehen da der rückweg blockiert ist muss ich darauf hoffen dass es einen anderen ausweg gibt mhm ich bin ja und die ruinen von zielandlis ich bin den merkwürdigen tödlichen wind der durch das tal gewütet ist knapp entkommen jetzt aber bin ich in den uralten ruinen gefangen vor denen uns der karawanenmeister deutlich gewarnt hat ich werde einen weg durch die ruinen finden müssen um mich in sicherheit zu bringen kurz soviel zu den quests dann gucken wir erstmal hier lang warte hast du das gehört ja da ist ein skulder welpe geben wir bei allen den angriffsbefehl und du haust doch ordentlich drauf das sieht brüchig aus könnte eine abkürzung sein ja wir sollten wieder umschalten das sieht brüchig aus könnte eine abkürzung sein ist lustig wie immer der andere charakter teilweise die sprechblase bringt während der andere labert ja bei dieser mauer zieht sich ein spalt vom boden bis zur decke durch die spalt wird ein leichter luftzug gegen die mauer drücken trotz der beschädigung sieht der stein schwer passiv aus drücken wir mal selbst dagegen du drückst mit leibes kräft aber auch der sprech breiter zu werden beginnt letztendlich spürst du wie das urhalte mauerwerk macht gibt die mauer stürzt ein und gibt den blick auf einen dunklen kreisrunden raum frei ja das wäre jetzt ein weg den wir gehen könnten der zweite weg ist aber genauso gut schau dir die fließen an was sind das für symbole ja da müssen können wir einfach mal hier reingehen diese rundlichen symbole ich bin mir sicher dass ich das auf den fließen da hinten gesehen habe auf dieser säule ist ein gestalteter kreis angehaviert an seinem fuß steht eine unangezündete feuerschale du könntest sie anzünden wenn dir die mittel dazu zur verfügung stünden mit der fackel anzünden rasch entzünden sich die flammen in der feuerschale und winden sich empor ja das deaktiviert die symbole diese wandmalerei muss uralt sein doch die farben sind doch immer kräftig und strahlend die malerei zeigt eine prozession von irgendwie tadern aus allen gestandenen rassen am mauer elfen orlana zwerg und menschen die schreiten durch säulen ähnlich wie die in dieser kammer oben auf jeder säule befindet sich eine flamme ja das ist sozusagen der letzte hinweis dafür dass wir hier eigentlich alles anzünden sollten so um da hinten die fließen zu deaktivieren und das wird uns sogar schön auf der übersichtskarte angezeigt dass das funktioniert ja das ist gut so wir töten den geringen schwarzen schlamm hier der hat es im fernkampf doch ein bisschen drauf der hat es im fernkampf die die sind